assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh meine lieben geschwister wo bleibt ihr alhamdulillah da kommen die ersten rein gestürmt alhamdul 20 mashallah wird hier immer mehr was das hier alhamdulillah wie geht es euch hoffe es geht euch gut 161 wird immer mehr alhamdulillah wird immer mehr alles okay bei euch freut euch schon auf das thema streitthema ja ist es noch okay dann lade ich jetzt mal unsere unsere islamrätin ein vom islamrat der schweiz die farah ulujai so müsste jetzt jeden moment rein kommen damit wir direkt anfangen alhamdulillah assalamu alaikum Rabbogatuh alaikum bisschen mit der generalprobe jetzt jetzt funktioniert es deswegen aber steigt ein extra generalprobe eben gemacht brüder ladet alle ein teilt den beitrag jetzt bei euch auf den seiten damit wir so viele wie möglich erreichen. Guckt mal. Nicht jeder ist in der Lage selber Vorträge zu halten. Aber ihr seid alle in der Lage, die Dawa auf diese einfache Art und Weise zu unterstützen. Jeder so wie er kann. Jeder hat eine Aufgabe für diese Umar. Der Prophet a.s.w. war ein Genie darin, den Leuten bestimmte Aufgaben zu geben. Abu Huraira hatte 5374 Hadith auswendig. Er war aber nicht bekannt für Dschihad. Er war nicht bekannt für Spenden. Er war nicht bekannt für Koran. Aber er war dafür bekannt. Uthman ibn Afan war bekannt für Spenden. Khald ibn Walid sagte, der Dschihad hat mich vom Koran weggebracht. Er konnte nicht viel vom Koran. Jeder hat seine Aufgabe. Teilt das in eurer Story, damit wir so viele Leute und auf euren Seiten, damit wir so viele Menschen wie möglich erreichen. Und noch was? Wir sind morgen auch nochmal live. Also mach doch nochmal Werbung für morgen. Genau. Gut, dass du es sagst. Und morgen sind wir auch nochmal da. Inschallah. 19.30. 19.30. Inschallah. Erstmal, ich stelle dich mal ganz kurz vor für die Leute auf meiner Seite, die dich noch nicht kennen sollten. Ich kannte dich ja bis vor kurzem auch noch nicht. Ich kannte nur die Nora. Das hat mich echt getroffen. Echt. Hast du vorhin in der Generalprobe gesagt, dass du wusstest nicht, wer ich bin. Meine Welt ist verbrochen fast. Ja, was soll ich sagen? Ist nur ein Spaß. Ach so, ist nur die Realität auf jeden Fall. Ich wusste es halt nicht. Ich habe dann erst gesehen, dass du die Beste vor... Auf jeden Fall. Die Farah Urujjai, die ist vor circa zwölf Jahren zum Islam konvertiert. Richtig? 2009, genau. Vom Alevitentum zum Islam. Richtig. Und die ist übrigens vor kurzem Mutter geworden. Macht mal alle Dua für ihre Tochter. Ja, wirklich. Vor einem Monat bin ich zum ersten Mal Mutter geworden. Möge Allah deine Tochter Möge Allah deine Tochter zu einer rechtsschaffenden, intelligenten, gesunden, starken Muslima machen, die diese Religion verteidigt. Und ihr viele gottesfürchtige, gesunde, starke, intelligente Kinder und Enkelkinder schenken. Amin. Die sind gut zufrieden, müssen die mit dir zufrieden sind. Amin. Amin. Das wünsche ich uns allen. So, und was ganz wichtig ist, ihr kennt vielleicht die Nora Ili, die in mehreren Talksendungen gewesen ist. Das war die beste, die Ferrah war die beste Freundin von ihr gewesen. Und die hat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Die hat, Möge Allah sich der Nora Ili erbarmen, sie ins Paradies führen. Und die hat durch sie sehr, sehr viel mitbekommen. Sehr, sehr viel mitbekommen. Ich habe Nora auch auf ihren Reisen immer begleitet. Wir haben alles zusammen erlebt. Ich habe viel von ihr gelernt. Auch vor allem über das Thema Merehe, worüber wir heute sprechen werden. Genau. Genau, genau. Das ist nämlich das, worum es heute geht. Denn ich habe vor kurzem, vor kurzem habe ich, ich wollte dich erst, ich wollte dir erst noch mal eine Frage stellen zu deiner Konvertinie. Ja. Du kommst aus einer alevitischen Familie. Richtig. Du hast mir gesagt, dass als dein Vater gesehen hat, so 2009, da meine Vorträge angeschaut hast oder deine Familie, da waren die erst mal schockiert gewesen. Wie war das denn nachher? Die Aleviten haben ja immer so den Ruf, dass sie sehr tolerant sind, was andere Religionen angeht. Wie war das denn, als du den Islam dann angenommen hattest? Es war sehr schwierig, sehr problematisch, weil meine Eltern natürlich in der Türkei, aufgrund, dass sie Türken waren und Aleviten, doch sehr negative Erfahrungen gemacht haben mit den sogenannten Muslimen. Deshalb war schon immer eine Abneigung gegenüber dem Islam. So bin ich ja auch aufgewachsen. Und als ich dann Muslima wurde, war das natürlich ein großer Schock für sie und sie kamen damit gar nicht zurecht, weil ich hätte, glaube ich, alle Religionen annehmen können, nur nicht den Islam. Also da gab es große Konfrontationen und ich bin dann nachher mit 17 auch von zu Hause gegangen, weil es einfach nicht mehr ging. Ich konnte nicht in Ruhe beten, ich durfte nicht mehr raus, mein Handy wurde weggenommen etc. Also es war wirklich eine schwierige Phase für mich und dann bin ich mit 17 von zu Hause gegangen. Okay, gut. Aber was ich auch sagen möchte, ich meine mittlerweile, das Verhältnis hat sich normalisiert und ich denke, es ist auch wichtig, dass wenn man solche Konfrontation hatte, dass man dennoch versucht, immer wieder gut zu den Eltern zu sein und mit ihnen auf eine gute Art und Weise Dauer zu machen. MashaAllah. Also du hast das nachher wieder geschafft, obwohl da so eine Konfrontation war, halt die Wogen wieder zu glätten. Boah, super. Super, MashaAllah. Sehr, sehr schön. Okay, das ist natürlich manchmal auch nicht möglich, bei manchen Eltern ist es auch nicht möglich. Möge Allah deine Eltern auch recht leiten dann zum Wagen. Amin. Jetzt kommen wir am besten mal zum Thema, inshallah, wofür die Leute auch da sind. Es ist ja so, ich habe die Nora sehr respektiert, weil ich einfach der Meinung bin, dass es wichtig ist, auch gerade wo die Rolle der Frau im Islam so angegriffen wird, dass Frauen über dieses Thema auch in der Öffentlichkeit reden. und das bedeutet doch viel Mut. Ja, bei mir, da trauen sich nicht viele irgendwie das Maul groß aufzureißen, wenn sie mir da draußen auf der Straße begegnen. Aber als Frau ist es schon eine ganz andere Geschichte. Und ich habe dann, weil ich auch wollte, dass das, ich sage mal, das Erbe von Nora und ihre Anstrengung erhalten bleibt, weil das wäre das, was ich mir auch wünsche, wenn ich sterbe. Und ich habe mich irgendwie so ein bisschen in ihr gesehen. Habe ich dann einem Bruder den Auftrag gegeben, einen Spruch von ihr, den ich vorher übrigens Brüdern aus den arabischen Ländern, Shiju aus den arabischen Ländern geschickt habe, die total begeistert waren, dass eine, die haben gesagt, boah, über mehr Ehe, dass eine Frau das so verteidigt, dass wir unsere Frauen in Saudi-Arabien noch nicht mehr machen, die haben was dagegen. Und da habe ich diesen Ausspruch von ihr, den sie gemacht hat. Der ganze Ausspruch war ja, glaube ich, die Mehr-Ehe ist eine Bereicherung der Ehe in allen Bereichen, auch im sexuellen Bereich, weil das ein langes Statement ist, wurde das, glaube ich, von dem Bruder gekürzt oder das wurde vielleicht in irgendeiner Zeitung auch nur mit dem Ende gezeigt, ist eine Bereicherung für die Sexualität. was und daraufhin ging es hier wirklich los, ja, also der Ehe wurde auf einmal beschimpft und man hat versucht, gegen mich Werbung zu machen und aufgerufen, dass ich das löschen muss und die Leute kriegen dadurch ein falsches Verständnis. Für mich war das nur, um zu zeigen, schau mal, wie diese Frau den Islam verteidigt hat, wie die sogar hinter Sachen stand, die den meisten Frauen unangenehm sind, ja, dass sie auch diesen kritischen Punkt verteidigt hat, ja, das war meine Absicht dahinter gewesen, um die Leute auch zu motivieren, auch ihr irgendwo eine Art, sage ich mal, von Ehre zu erweisen, um ihr Erbe zu erhalten. Was hat sie damit gemeint, weil du warst ja ihre beste Freundin, wie meinte sie diese? Genau. Also zuerst einmal, sie, Nora war eine unglaublich tolle Freundin und wenn man mit ihr, egal über welches Thema man mit ihr gesprochen hat, sie hat immer die islamische Normativität verteidigt, auch wenn es mir zum Beispiel zuwider wäre. Also wenn ich mit ihr über das Thema mehrjährige gesprochen habe, war sie strikt und klar und sie war offen und ehrlich und sie sagte, das ist eine islamische Option, die man nicht abreden kann, die man als solche akzeptieren muss und die eben auch viele Vorteile hat und eines davon, wie sie gesagt hat, es ist ein Mehrwert für das ganze Eheleben, auch für die Sexualität. Ich meine, wir hatten jetzt Corona-Zeit und beim islamischen Zentrallrat Schweiz bin ich ja als Generalsekretärin tätig und dort führe ich auch viele Familien- und Eheberatungen. Und jetzt vor allem in der Corona-Zeit hat man doch gemerkt, wenn die Ehepaare non-stop aufeinandersetzen, es wird langweilig. Sie langweilen sich abeinander, sie haben keine Themen, worüber sie sprechen können, das ganze Sexuelle, die ganze sexuelle Anziehung geht verloren, weil man permanent zusammen ist. Und wenn der Mann jetzt eine Mehrerehe eingeht, belebt das die ganze Ehe wieder. Man schätzt, dass man einander hat, viel mehr. Man schafft eine gewisse räumliche Distanz, bei der man sich dann wieder auch vermissen kann. Und wie sie auch gesagt hat, es kann tatsächlich das Sexuelleben auch wieder beleben. Weil es so paradoxisch es sich anhört, wenn der Mann dann bei der anderen ist, du vermisst ihn und durch dieses Vermissen möchtest du dann wieder körperlichen Kontakt zum Mann. Also es ist nachher nicht erzwungen und es ist eben genau wiederbelebt. Das wollte sie damit sagen. Super. Ich wusste ja wirklich nicht, was sie damit meint. Also ich habe sie jetzt das allererste Mal gehört. Ich habe mit einem Bruder gesprochen, ich habe mit einem Bruder gesprochen, der in einer Mehrerehe liegt. Und er meinte zu mir, er meinte zu mir, wenn ich jetzt zu meiner ersten Frau gehe, früher saß ich wie ein Langweiler vor dem Fernseher oder was weiß ich, wo habe gelesen, und jetzt wenn ich da hingehe, ich freue mich zu ihr zu kommen, ich freue mich zu ihr zu gehen. Er sagt, das wird aber leider nicht so zur Kenntnis genommen. Aber das ist halt wie gesagt, das passt halt gerade genau mit dem überein, was du gerade gesagt hast. Du musst dir halt auch vorstellen, wenn man eine Ehe führt, wo man über alles offen sprechen kann. Es ist eine Offenheit und in der Ehe wird nichts tabuisiert. Und dann kommt der Mann zu der Frau und sagt, meine geliebte Frau, ich bin zufrieden mit dir, ich liebe alles an dir, aber ich habe dieses und jenes Bedürfnis. Und wenn die Frau jetzt offen auf ihren Mann zugeht und dieses Verständnis hat, ich muss meinen Mann unterstützen und mein Mann ist mein Weg ins Paradies und vielleicht aktiv mithilft, eine Frau zu suchen für ihn, die nicht nur zu ihm passt, aber auch in das ganze Ehemodell sich vielleicht mit der Frau auch noch gut versteht, was das höchste Ziel ist, dann auch das Beste. Das wäre das Beste, weil dann ist man wirklich eine Gemeinschaft, die viele, wo man auf die Aufgaben aufteilen kann, dann wird diese Frau beim Mann so eine unglaublich tolle Stellung haben, der wird das so wertschätzen, dass er eine Frau auf seiner Seite hat, die ihn unterstützt, die ihm hilft, die sich ihm annimmt und wo man einfach offen darüber sprechen kann. Und ich denke, viele haben immer das Beispiel im Kopf, mein Mann möchte eine Zweitfrau, weil ich nicht mehr gut genug bin oder weil ich nicht mehr schön genug bin oder weil ich nicht mehr dieses und jenes befriedigen kann. Du kannst als Erstfrau die beste, aller, allerbeste Frau dieser Welt sein, aber der Mann hat immer noch ein natürliches Bedürfnis nach einer anderen Frau und das hat nichts mit dir als Erstfrau zu tun. Entweder akzeptieren wir diese Realität, wie Allah die Männer erschaffen hat, wir Frauen können das nicht nachvollziehen, weil wir Frauen sind, Männer sind anders, Allah hat sie anders erschaffen. Entweder nehmen wir diese Realität an und unterstützen unsere Männer darin, dass sie nicht in Sina verfallen oder sich sonst irgendwie dieses Bedürfnis befriedigen oder wir riskieren einfach eine Ehe, wo man nicht mehr darüber sprechen kann, wo man tabuisiert, wo man vielleicht sogar Sachen geheim hält und ich weiß nicht, ich würde nicht gerne in solch einer Ehe leben, wo man nicht über alles sprechen kann. Ja, was ich gerade sehr, sehr wichtig finde, was du gesagt hast, was du erwähnt hast, das ist eine Sache, Ruhe da draußen, das ist eine Sache, die mir sehr, sehr stark aufgefallen ist, ja, dass sobald man hört, der Mann will eine zweite Frau haben oder eine dritte Frau haben oder eine vierte Frau haben, ist es so wie, es wird so vermittelt wie, die erste Frau ist jetzt auf dem Abstellgleis, mit er will er gar nichts mehr zu tun haben, er findet die nicht mehr attraktiv. Ich kenne Männer, viele, ich lebe nicht in einer Meer, ich kenne viele Männer, die in einer Meer leben, ich kenne nicht einen einzigen, nicht einen einzigen, der gesagt hat, es kann natürlich sein, dass es so etwas gibt, aber ich kenne nicht einen einzigen, der gesagt hat, ja, ich mache das jetzt, weil meine erste Frau mir nicht mehr gefällt oder weil es mir mit dir nicht mehr gefällt oder weil ich keinen Bock mehr habe und ich habe da auch schon mal etwas bereit gehalten, dass ich hier auch vorlesen will. Ich habe hier ein Buch Soziologie Kompakt von Klaus Feldmann und hier steht etwas, was vielleicht die Frauen auch verstehen sollten, weil es ist leider oft so, dass es so dargestellt wird, der Mann, der nur mit einer Frau leben will, das ist der gute Mann und der Mann, der eine zweite Frau heiratet, das ist der schlimme, der Scharlatan, der seinen Gelüsten folgt, das ist der Weg, den die meisten der Sahaba hatten und das ist der Weg, den der Prophet gewählt hat, a.s. hier steht beispielsweise, eine Frau kann nur wenige Kinder aufziehen, sie braucht Schutz und Stabilität, unter einfachen und traditionellen Kulturen verhältst du mindestens, benötigt sie einen Mann als Beschützer. Daraus wird geschlossen, dass den Reproduktionsinteressen der Frauen die Monogamie entspricht. Ein Mann kann viele Kinder zeugen, er erhöht durch häufigen Geschlechtsverkehr mit verschiedenen Frauen die Chancen, dass seine Gene überleben folglich entsprechend Polygamie eher den Interessen von Männern entspricht. Das ist ja etwas, was wir in unseren Genen haben. Ich meine, wir reden über die Evolutionstheorie, wir sagen, die Evolutionstheorie hat viele Dinge, die falsch sind oder mindestens das, wie der Mensch erschaffen wurde, aber Fakt ist auch, dass es verschiedene Untersuchungen gab, wie Lebewesen reagieren, um ihre Art zu erhalten und das hat der Mann einfach in sich drin. Und was machen wir denn jetzt? Leben wir jetzt mit dieser Realität, dass der Mann eben so ist oder versuchen wir den Mann krampfhaft umzuenten und in eine monogame Beziehung zu zwingen, obwohl er gar nicht so ist? Und wenn wir das mal verstanden haben, dass der Mann unabhängig von der ersten Frau einfach diese Bedürfnisse hat, dann haben wir auch ganz eine andere Perspektive auf diese Mähre hierbei, das Problem ist doch, wenn wir mal einfach offen und ehrlich sind, die meisten Frauen haben Probleme damit rein aus Eifersüchtig, nur weil sie eifersüchtig sind, weil sie das Gefühl haben, sie sind dann nicht mehr schön genug oder sie sind nicht gut genug und das ist doch alles irgendwie ein Komplex, ein Minderwertigkeitskomplex und aus diesem Minderwertigkeitskomplex heraus fangen sie etwas zu verbieten oder ablehnen oder hassen, was einfach und einfach islamisch ist. Mährehe ist islamisch. Zur Zeit des Propheten Mohammed war es die Norm, in einem Mährehe zu leben und das war nicht die Ausnahme. Und jetzt müssen wir aufpassen, wir Schwestern, dass wir unsere Nefs kontrollieren und nicht beginnen, Sachen abzulehnen, was islamisch ist, nur weil wir unsere Nefs nicht kontrollieren können. Das ist unheimlich gefährlich. Wir müssen an uns arbeiten, wir müssen lokalisieren, warum wir eifersüchtig sind und da können wir zum Beispiel sagen, dass Aisha, die Frau des Propheten Mohammed auch eifersüchtig war. Wir kennen alle ihre eifersüchtigen Szenen, die sie gemacht hat. Prophet Mohammed konnte gut damit umgehen. Er wusste, Aisha ist noch jung und warum sie so eifersüchtig ist. Aber Aisha zum Beispiel nach dem Tod des Propheten Mohammed hat sie sich aber auch kritisch hinterfragt. sie hat aber auch gesagt, diese Eifersüchteleien, die sie hatte, waren nicht korrekt. Also das heißt, dass Frauen eifersüchtig sind in einem normalen, gesunden Rahmen, ist völlig okay. Aber wenn diese Eifersucht so dermassen krankhaft wird, dass man die ganze Ehe aufs Spiel setzt, dass man islamische Sachen beginnt zu verbieten und vor allem viel schlimmer noch, dass man sozusagen den Mann dazu drängt, auf einen unislamischen Weg zu gehen, obwohl er versucht, alles im Halal-Rahmen zu machen, ist doch ganz schlimm. Also dann soll der Mann lieber ihr treu sein und keine mehr Ehe eingehen, dafür Allah untreu werden, indem er jetzt vielleicht auf einem Haram-Weg auslebt. Und das müssen wir uns Schwestern bewusst werden. Unser Weg ins Paradies führt über unseren Mann. Und wenn unser Mann mit uns zufrieden ist, dürfen wir auswählen, durch welches Paradies Tor wir gehen möchten, wenn wir andere Pflichten auch noch erfüllt haben. Und das müssen wir als Frauen einfach verstehen. Was du gerade gesagt hast, ist auch sehr, sehr wichtig. Man muss hier mal eine Sache betonen. Es ist ein Unterschied, ob ich als Frau jetzt, natürliche Eifersucht hat, oder ob man beginnt, eine Regel des Islam zu tabuisieren oder sogar zu hassen. Das möchte ich hier betonen, alle, die hier sind. Allah sagt im Koran, und das ist einer von den Nawakid ul Islam, einer von den Dingen, die den Islam kaputt machen. Nochmal, ich sage nicht eine Frau, die sich nicht wünscht, dass ihr Mann, und wir sind hier nicht dazu da, um die Männer zu animieren, eine zweite oder dritte Frau zu sagen, darum geht es nicht. Ich möchte hiermit zeigen, dass das eine islamische Ehe ist, etwas, was der Islam legisliert hat, aus bestimmten Gründen, und zwar für alle Zeiten. Und deswegen, man darf diese Regeln nicht hassen. Allah sagt im Koran, dies ist, weil sie das verabgehasst haben, was Allah herabgesandt hat, so hat es ihre Taten zunichte gemacht. Und ich kann eine Sache sagen, was wir hier erlebt haben, als wir den Post von Nora Ili gepostet haben, war nicht mehr normal. Da hat eine Schwester sich im Kommentarbereich positiv zur Mehrehe geäußert, die wurde danach von Schwestern bedroht, wenn mein Mann dich heiraten würde, sie sagt, ich weiß gar nicht, wer dein Mann ist, ich weiß noch nicht, was wir sagen, das heißt, es ist so krank teilweise, hier möchte ich dir mal eine Frage stellen, du bist ja konvertiert zu, die Nora ist auch konvertiert zum Islam, ich persönlich, ich habe den Eindruck, dass bei den konvertierten Musliminnen das eher angenommen wird, als unter den, vielleicht irre ich mich auch, vielleicht hast du einen anderen Eindruck, aber ich habe diesen Eindruck, als unter den Geborenen oder als bei den Musliminnen aus einem islamischen Elternhaus, hast du auch den Eindruck und wenn ja, warum ist das so? Ich weiß nicht, wie das Konvertieren eine Rolle spielt, ich glaube, viel wichtiger ist es, dass man Leute um sich hat, die positiv über das Thema Mehrerehe sprechen, die mit gutem Beispiel vorangehen, die dieses Thema Mehrerehe nicht nur aus einer negativen Seite beleuchten und ich hatte natürlich mit Nora eine Person, die diese Mehrerehe auf eine ganz wundervolle Art und Weise uns erklärt hat, sie hat uns die Vorteile aufgezeigt und sie hat auch eben gezeigt und das ist auch ein Punkt, der mir sehr wichtig ist, wir leben hier im Westen, hier ist Homosexualität erlaubt, Ehe für alle wird gefordert, es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Bedürfnisse auszuleben und wenn wir jetzt mit diesem Westen mithalten möchten, dass er in direkten Konkurrenz ist zum islamischen System und wir dann ein Thema wie zum Beispiel die Mehrerehe tabuisieren, obwohl wir das nicht dürften, dann grenzen wir uns selber ein und je mehr wir uns mit diesem Thema auseinandersetzen auf eine rationale Perspektive und je mehr wir unser Herz für diese Sache öffnen, die einen Sinn und Zweck hat, umso eher sind wir dann bereit, wirklich das voll und gänzlich zu akzeptieren. Also das heißt, ich als Frau muss dann mal mich hinterfragen und mich fragen, warum lehne ich das erstens überhaupt ab, obwohl ich das nicht dürfte. Welche Komplexe habe ich mit mir selber und wie kann ich mich dazu bringen, diese zu überwinden und eine gute Ehefrau zu sein und vor allem eine gute Muslima. Denn unser Ziel ist das Paradies und wir müssen an uns arbeiten. Es gibt immer wieder Dinge, die wir vielleicht nicht so machen. Wenn eine Schwester sagt, ich finde den Hijab nicht so toll, ich mag ihn nicht, ist das dann jetzt ein Grund, ein legitimer Grund, den Hijab abzuziehen? Nein, es ist und bleibt Pflicht. Also ist es unsere Aufgabe, unseren Nefs so weit zu trainieren, dass wir an einen Punkt angelangen, wo wir diese Sache ganz und gar für Allah aufrichtig umsetzen. Und das Gleiche ist mit der Merehe. Wir müssen daran arbeiten und sagen, ja, es ist eine islamische Option. Und wenn wir das ablehnen und zum Beispiel sagen, die Merehe ist nichts islamisches und die Merehe ist nur für Männer, die ihre sexuellen Bedürfnisse nicht kontrollieren können, dann verurteilen wir auch die Sahabas und noch viel schlimmer wir verurteilen den Propheten Mohammed was denn diese hatten auch mehrere Frauen und das war die Norm. Und wenn wir das jetzt ablehnen, dann lehnen wir auch das Leben unseres Propheten ab, denn er hatte mehrere Frauen, er hat das gelebt, so wie es die Sahabas auch gelebt haben. Was sagst du jetzt zum Beispiel dieses Argument kam des Öfteren, wenn jemand sagt, in der heutigen Zeit brauchen wir keine Mehr Ehe mehr. Wir haben ja heutzutage Sozialhilfe, das war früher vor tausend Jahren, da mussten die Frauen versorgt werden. Was sagst du zu so einer Aussage? Da denke ich, die Grundannahme ist schon mal falsch, denn die Mehr Ehe dient ja nicht einzig und allein da, ist die Mehr Ehe ist tatsächlich eine weitere Beziehung, die auf emotionaler Ebene, auf wirtschaftlicher Ebene, aber auch auf sexueller Ebene wieder etwas Neues ist. Ganz ehrlich, wer heiratet nur eine Frau, um sie nur zu versorgen? Du möchtest ja als Mann eine Frau heiraten, um mit dir eine tolle Beziehung zu führen. Welche Frau heiratet einen Mann, nur um versorgt zu werden? Genau. Es ist doch immer ein gewisses Bedürfnis dahinter, das befriedigt werden soll. Also ist für mich dieses Argument schon mal ganz falsch. Und das andere ist, die Zeit des Propheten Mohammed war tatsächlich anders als heute. Aber hören wir deshalb auf zu beten? Hören wir auf die Hatsch zu machen? Hören wir auf die Seker zu bezahlen, nur weil wir in einer anderen Zeit leben? Nein, wir machen diese Dinge trotzdem und das gleiche ist mit der Mehrerehe. Das ist eine islamische Option. Es ist in den islamischen Texten, also hat es auch eine Berechtigung für die Ewigkeit und nicht nur für die Zeit des Propheten Mohammed . Jetzt lade ich alles selber hoch, ist zwar nicht eine tolle Qualität, aber egal, Hauptsache Input, Hauptsache es kommt was rein. Hauptsache authentisch. Hauptsache authentisch und Hauptsache das, was gesagt wird, stimmt. Und was ich halt gemerkt habe, ich finde es, die Mehrerehe war noch nie so, oder ich kann nicht sagen, war noch nie so, aber sie ist gerade in der jetzigen Zeit hier in Deutschland notwendig und praktikabel oder in Europa, wenn ich sehe, wie viele Frauen es hier gibt, die praktizierend sind, die aber beispielsweise, und das ist die Realität, ich habe versucht, hier Heiratsvermittlung zu machen mit vielen Schwestern, die über 30 sind, die einige Kinder haben und dann kommen die Brüder, ich habe noch nicht mal eine Frau, dann sage ich, ich habe da eine Schwester, die ist so und so, die ist 32 Jahre alt, die hat ein Kind, oder die ist 35 Jahre der Zweig, als Beispiel, oder die ist 40 Jahre, die hat noch gar kein Kind, es ist sofort Schluss, sofort Schluss, er ist zwar am Weinen, weil er keine Frau hat und er will unbedingt heiraten, aber da kommen dann Leute, ja, sobald die Frau drei Jahre älter ist oder fünf Jahre älter ist, nee, ist mir zu alt, das heißt, wir geben diesen Frauen eine Chance, weil man sieht das immer nur so aus der Sicht des Mannes, ein Freund von mir und einer der bekanntesten im Englischsprachigen Raum, der hat vier Frauen, soweit ich weiß, der hat auf jeden Fall mehrere Frauen, alle aus England, und er sagt, den größten Nutzen der Mehrerehe hat die Frau, das ist tatsächlich so, er sagt, den größten Nutzen der Mehrerehe hat die Frau, er hat das bei einem Vortrag in Norwegen gesagt und er hat das selber live miterlebt, er ist dabei und er redet nicht, aber ich habe mehrere Brüder auch darüber gefragt, man sieht das immer nur aus einer Perspektive, die Lust des Mannes, okay, was ist mit der Frau, was ist mit der Zweitfrau, die gerne einen Mann haben will, die bestimmte Bedürfnisse hat, die Kinder kriegen will, was ist damit, das wird völlig aus das ist noch interessant, die Mehrerehe ist für den Mann tatsächlich auch ein Mehraufwand, denn du führst parallel mehrere Beziehungen, die ganz individuell sind, also das heißt, du musst auch Aufwand investieren in diese verschiedenen Beziehungen, es ist ja nicht nur das Sexuelle, ich meine, das geht ja vielleicht ein paar Minuten, Stunden in der Nacht, keine Ahnung, aber sonst ist das ja auch eine normale Beziehung, die gepflegt werden muss und für die Frau und für die Frau zum Beispiel, wenn ich jetzt mal den Haushalt betrachte, wenn der Mann jeden Tag bei mir ist oder bei der Frau, dann musst du jeden Abend kochen, jeden Abend putzen, dich jeden Abend schön machen, etc., etc., aber wenn da zum Beispiel noch eine Zweitfrau ist, dann hast du auch mal einen Abend für dich, du musst nicht jeden Abend kochen, du kannst den freien Abend vielleicht nutzen, um zu studieren oder dich islamisch weiterzubilden oder ohne schlechtes Gewissen dich mit anderen Schwestern treffen, du hast zum Beispiel mit einer weiteren Frau eine enge Verbündete, mit der du auch familiäre Sachen besprechen kannst, denn zum Beispiel ich bin der Meinung, dass alles, was in der Familie ist, nicht mit anderen besprechen werden sollte, das ist eine interne Angelegenheit, wenn der Mann ein Problem hat, dann hast du neben dir eine weitere Frau, die dich bei diesem Problem unterstützen kann, es gibt so viele Vorteile in der Meerehe, die wir uns gar nicht bewusst sind und die wir erst sehen, wenn wir selbst in einer Meerehe leben und eben für den Mann, der Mann muss auch ein Typ dafür sein, also ich muss auch mal ehrlich sagen, die negativen Beispiele mit der Meerehe, die immer im Vordergrund stehen, sind kein, darf man nicht verallgemeinern, nicht jede Meerehe ist so, aber der Mann, der eine Meerehe eingeht, das kann kein so Trainerhosen-Typ sein, der sowieso 24 Stunden nur vor dem Fenster sitzt, der vom Hartz IV lebt und mit einer Ehe schon völlig überfordert ist. Das muss ein Typ sein, der eben vielleicht auch mit der Eifersucht der Frau umgehen kann, der das kanalisieren kann, der das aushält, der weiß, wie er reagieren muss, der verantwortungsbewusst ist, der auch mehrere Frauen gleichzeitig sozusagen jonglieren kann. Wenn ein Mann das nicht kann, schon von vornherein, dann ist diese Ehe auch zum Scheitern für Brotheit. Was würdest du sagen, genau, welche Rolle spielt der Mann dort? Das ist gerade auch ein sehr wichtiger Punkt gewesen, den du erwähnt hast, weil ich höre dann immer wieder, ja, die meisten Männer kommen ja noch nicht mal mit einer Frau, klar. Nochmal, uns geht es ja nicht darum, jeden Mann dazu zu bewegen, eine zweite oder dritte oder vierte Frau zu heiraten. Es geht um das Konzept selber, was abgelehnt wird. Und mit Sicherheit sind viele Männer nicht dazu in der Lage. Aber viele Männer sind auch nicht dazu in der Lage, wirklich eine Ehe zu führen. Sagen wir deswegen, weil der seine Frau geschlagen hat oder misshandelt hat oder was auch immer, okay, dann verbieten wir jetzt die Heirat, weil es gibt ja so viele Männer, die ihre Frauen schlecht machen. Aber was würdest du sagen, sind die wichtigsten Eigenschaften für einen Mann, der so etwas schafft, der so hinbekommt? Also er muss sicher mal eine gewisse Reife haben. Er muss verantwortungsbewusst sein. Er muss eben auch ein Typ sein, der mit gewissen Schwierigkeiten umgehen kann und nicht gerade ausrastet. Zum Beispiel, wenn die Frau einfach mal einen Moment der Eifersucht hat, wo sie sich vielleicht nicht wohl fühlt, wo sie vielleicht spürt, dass er gerade eine gewisse Zuneigung zu der anderen Frau hat und dadurch eifersüchtig ist, dass er damit umgehen kann. Dass er ein Mann ist, der gerecht ist. Und gerecht meine ich jetzt nicht im Sinn von, wenn ich dieser Frau fünf Euro gegeben habe, muss ich der anderen Frau auch fünf Euro geben. Oder wenn ich der Frau ein Kleid gekauft habe von 35 Euro, dann muss ich der anderen Frau auch ein Kleid von 35 Euro kaufen. Ich meine, einfach eine gewisse Grundgerechtigkeit muss vorherrschen. Und das sind die wichtigsten Eigenschaften für mich. Aber ein Mann, der schon mit einer Frau überfordert ist, oder was ich auch sagen kann, ist, wenn die Ehe, die erste Ehe schon nicht gut läuft, aus verschiedenen Gründen, wird die zweite Ehe wahrscheinlich die erste Ehe nicht retten. Außer es ist eben, dass, außer die erste Ehe läuft eben nicht gut, weil der Mann eine zweite möchte. Dann ist natürlich was anderes. Aber wenn die erste Ehe schon aus einem anderen Grund nicht funktioniert, weil sie sich nicht verstehen, oder weil er gewalttätig ist, oder was auch immer, wird die zweite Ehe die erste Ehe nicht retten. Ja. Jetzt mal eine andere Frage, weil wir haben eben über die Vorteile geredet. Vorteile und Nachteile. Wir sind ja im Islam auch immer so, dass wir die Masaleh und Mafasid, die positiven Punkte, die negativen Punkte abwägen. Wir haben ja jetzt, gehen wir mal von einer monogamen Ehe aus. Wir haben ja jetzt eine Frau und jetzt kommt eine zweite Frau dazu. Was ist der Nutzen für den Mann? Was ist der Nutzen für die erste oder der Nachteil für die erste Frau? Was ist der Vorteil für die zweite Frau? Und was ist der Vorteil für die Gesellschaft? Also ich muss mal ehrlich sagen, mir kommt gerade gar kein großer Nachteil in den Sinn. Weil du hast tatsächlich einfach eine größere Familie, du hast eine verbündete, allenfalls beste Freundin neben dir, die dich bei vielem unterstützt in der Familie. Also mir kommt gar kein großer Nachteil in den Sinn, weil wenn wir mal ehrlich sind und wir wissen, dass jetzt der Mann, egal ob er in einer Ein-Ehe oder Mehr-Ehe lebt, er findet zum Beispiel eine andere Frau attraktiv. Also muss ich mich auch in einer monogamen Ehe damit auseinandersetzen, dass mein Mann nebst mir, ohne mich unattraktiv zu finden, eine andere Frau attraktiv finden kann. Mit diesem Thema ist man ja schon in einer Ein-Ehe konfrontiert. Also ist das gar kein negativer Punkt, der zusätzlich kommt in einer Mehr-Ehe. Also was ich wirklich sagen kann, ich sehe nur Vorteile in einer Mehr-Ehe. Du hast wirklich Freiraum, du stehst nicht die ganze Zeit unter der Kontrolle des Mannes, weil er eben bei der anderen Frau ist. Der Mann hat seine Bedürfnisse befriedigt, sei es auf sexueller Ebene oder auch auf emotionaler Ebene. Also ich sehe eigentlich viele, viele, viele Nutzen und Vorteile für das Eheleben und für die islamische Gesellschaft oder Gemeinschaft. Je mehr Frauen der Mann hat, umso mehr Kinder kann er machen. Weil eine Frau ist nun mal begrenzt. Eine Frau kann einfach nur alle neun Monate oder alle Jahre ein Kind machen. Aber ein Mann könnte in diesem Jahr vier Kinder zeugen. Und so können wir unsere Gemeinschaft dann auch vergrössern. Unsere Niyah sollte doch immer sein, egal was wir machen. Wir wollen Allah dienen. Wir wollen den Islam vorwärts bringen. Und für diese Sache müssen wir unseren Nefs bündeln können. Denn die Sache hat immer Vorrang vor unserem Ego-Problem. Die Sache hat immer Vorrang und mit dieser Sache ist der Islam gemeint. Hier möchte ich kurz eine Sache auch erwähnen, weil du das gerade gesagt hast, auch für die Zuschauer. Ein Cheikh von mir, Cheikh Abu Saqar Hawaini, der hat vier Frauen. Und insgesamt hat er Paar und 20 Kinder und Stiefkinder. Seine erste Frau, er hat damals über die Meerehe gepredigt und dann haben die Leute zu ihm gesagt, ey, du lebst doch gar nicht in der Meerehe. Was predigst du von Sachen, die du selber gar nicht praktizierst? Und da ist er zu seiner ersten Frau gegangen, hat zu ihr gesagt, sie soll und sie soll für ihn eine zweite Frau suchen. Aber diese Frau soll schon Kinder haben, damit er auch Kindern hilft, die sonst ohne Familie aufwachsen, damit die in einem religiösen Elternhaus aufwachsen. Was ist passiert? Sie hat ihre beste Freundin geholt, die geschieden war oder verwittert war, ich weiß es jetzt nicht mehr genau, und so hat er seine zweite Frau bekommen. Und dann bei der dritten Frau hat er den beiden den Auftrag gegeben oder nur der zweiten, ich weiß es nicht mehr ganz genau, die soll nach der dritten schauen. Und dann nach der vierten. Immer Frauen, die schon Kinder hatten und er sagt, meine Stiefkinder lieben mich heute mehr als meine eigenen Kinder. Und er hat dadurch über 20, über 20 Kinder. Jetzt stellen wir uns mal vor für die Gesellschaft, was wäre vielleicht aus diesen Frauen geworden? Man muss eine Sache sagen, Allah sagt im Koran, kommt der Sinna der Unzucht nicht nah. Dieser Befehl gilt nicht für die Männer, er gilt auch für die Frauen. Eine Frau, die allein lebt, insbesondere hier in Deutschland oder in der Schweiz und Österreich, lebt in einer Fitna. Wer etwas anderes sagt, lebt hinter dem Mond. Das ist ganz klar, eine Frau hat genau so Bedürfnisse wie der Mann. Und eine Frau hat eine große Hilfe, wenn ein Mann dabei ist, insbesondere wenn sie Hijab trägt. Viele Frauen gibt es, die konvertiert sind beispielsweise oder auch nicht konvertiert sind. Die Probleme haben mit dem Hijab, dort einen Mann an der Seite zu haben. Einen Mann, nicht irgendeinen was weiß ich was, Mann, der ihr hilft, der ihr einfach nur auch psychologisch Hilfe gibt. Das ist eine riesige Ebene. Emotional Ebene vor allem. Natürlich, natürlich, das ist doch viel wichtiger als 3,5 Euro. Und hier möchte ich etwas sagen. Wenn Leute erzählen, früher ging es um Hungersnot. Wann gab es denn eine Hungersnot? Die Frauen zur damaligen Zeit wurden auch versorgt durch Sadaka oder durch Das ist auch ein Punkt, was wir festhalten müssen. Allah hat im Koran nicht gesagt, heirate 2, 3, 4 Witwen oder Geschiedene. Er hat keine Bedingungen gesetzt, welche Frau man heiraten soll. Wenn ich jetzt mal ehrlich bin und ich denke, da werden mir die Männer zustimmen, man möchte nicht nur eine 50-Jährige oder 60-Jährige Frau heiraten, die man vielleicht gar nicht attraktiv findet. Man muss sagen, wenn ein Mann eine verwitwete Frau oder geschiedene Frau heiratet und dir ein sicheres und stabiles Zuhause gibt, dann wird er dafür belohnt werden. Aber er ist moralisch gesehen nicht besser als ein Mann, der eine andere Frau heiratet, weil er sonst in Sina verfällt. Weil der Mann, der eine andere Frau heiratet, der versucht, dieses Bedürfnis auf einem Halalweg zu erfüllen. Und dieses Recht hat der Mann. Und dieses Recht dürfen wir den Männern nicht absprechen. Weil wir müssen mit der Natur des Mannes leben. Er ist nun mal so. Und entweder akzeptieren wir das oder nicht. Und wenn wir dann unserem Mann den Weg erschweren, um dieses Bedürfnis Halal zu leben, auf einem islamischen Weg, was Allah ihm erlaubt hat, dann sind wir mit Grund und mit schuldig und wie sagt man so schön, mit Täter, wenn unser Mann sich von uns distanziert und dieses Bedürfnis auf eine falsche Art und Weise ausleben möchte. Natürlich, die Sünde ist dann seine. Aber du als Frau hast es ihm so schwierig gemacht und diese Verantwortung trägst du dann am Ende auch. Hier ist auch ein Punkt, der sehr wichtig ist. Gut, dass du das erwähnt hast. Selbstverständlich muss der Mann nicht unbedingt eine verwitwete Frau heiraten oder eine Frau, die geschieden ist. Ganz klarer Fall. Das ist keine Bedingung. Aber Fakt ist ja, von der Weisheit von Allah subhanahu wa ta'ala ist es sehr, sehr häufig der Fall. Gerade wenn sie aus einem islamischen Elternhaus kommt, ist es einfach so, dass eine Frau, die jung ist, eher die Chance hat, einen Mann zu bekommen, der noch nicht verheiratet ist. Und dadurch kann man und das muss man ja hier festhalten. Der Prophet sagte, heiratet. Diese Befehlung für Männer und Frauen. Ich möchte mit eurer Anzahl die anderen übertreffen. Das ist ein Befehl vom Propheten der meistens als angesehen wird. Aber Fakt ist, diese Frauen liegen auf Eis. Und das sind die Frauen, die meistens auch dazu bereit sind, das zu machen. Ich beispielsweise, ich hätte kein Problem damit, aber natürlich heiratet kein Mann eine Frau, die er absolut gar nicht attraktiv findet. Und ich weiß, dass die meisten kein Problem damit haben, eine zweite Frau zu heiraten, die beispielsweise schon Kind hat oder verheiratet war oder mehrmals verheiratet war. Ich denke, dass auch, es ist nicht ein, also, ich glaube, die Männer haben nicht ein Problem, also, was ich sagen möchte, ist, Männer heiraten auch verwitwete Frauen, auch Frauen, die geschieden und Kinder haben. Das ist kein Problem. Aber ich denke, die Schwestern lügen sich ein bisschen selber an oder versuchen, ihre Eifersucht zu kaschieren, indem sie sagen, ja, ich würde meinem Mann erlauben, eine weitere Frau zu heiraten, die verwitwet ist oder geschieden und Kinder hat. aber ich habe ein Problem damit, wenn der Mann eine weitere Frau heiraten möchte, die zum Beispiel Jungfrau und Jünger ist als sie. Also, sie versuchen sozusagen, so einen moralischen Druck aufzubauen, dem Mann gegenüber, der gar nicht berechtigt ist. Und das ist auch sehr gefährlich, weil eben der Islam hat die Mehrere hier nicht an Bedingungen geknüpft, die verwitwet oder geschieden. Ich muss sagen, Schwester, ich glaube, dass wir als Prediger auch in der Vergangenheit diesbezüglich Sachen vielleicht falsch rübergebracht haben. Wenn es zum Beispiel um die Mehrere ging, wir haben versucht, die Nichtmuslime zu überzeugen, indem wir gesagt haben, schau mal, durch die Mehrerehe haben wir die Chance, was ist, wenn die Frau keine Kinder mehr kriegen kann, was ist, wenn die Frau krank ist, da haben wir eine Möglichkeit. Damit haben wir das so ein bisschen vermittelt, als wenn die erste Frau ein Krüppel ist, wenn sie eine zweite Frau heiratet. Wenn der Mann in Betracht zieht, eine zweite Frau zu heiraten. Aber dem ist ja nicht so. Sondern, wie ich eben auch schon gesagt habe, es ist tatsächlich so, ich kenne keinen einzigen Mann, der eine zweite Frau heiraten wollte, weil er die erste Frau nicht mehr attraktiv gefunden hat oder die schlecht fand oder irgendwas. Ich kenne kein einziges Beispiel. Im Gegenteil, es ist meistens der Fall, meistens der Fall, dass die erste Frau für ihn die Nummer eins bleibt. Ich möchte diesbezüglich, aber das werde ich morgen machen, eine Geschichte von Nora und ihrem Mann erzählen. wie Nora den Instinkt oder die Gefühlswelt ihres Mannes sehr gut verstanden hat und wie sie ihren Mann dabei unterstützt hat, aber das möchte ich dann inshallah morgen erzählen. Aber du hast für mich einen ganz wichtigen Punkt angesprochen und zwar die Prediger. Und ich habe jetzt öfters gelesen, dass zum Beispiel Prediger auf die Frage der Meree antworten, im Sinne von ich kann das meiner Frau nicht antun, ich liebe meine Frau zu fest. Und ich habe das mal dann zu Ende gedacht und dann heißt es ja eigentlich, dass der Prophet seine anderen Frauen nicht geliebt hat, weil er eine weitere Frau geheiratet hat und was sagt, als würde das dann über unseren Propheten Mohammed aussagen, dass er ein böse Mensch war, weil er noch eine weitere geheiratet hat und damit die erste oder zweite oder dritte verletzt hat. Ich finde, solche Gedanken sind extrem gefährlich, denn sie leiten uns auf einen Weg, der uns irreführen kann, der zu Kuffer führen kann und wir den Islam beginnen zu hassen, nur weil wir falsche Gedanken eingepflanzt bekommen haben von Predigen, die uns vielen als Vorbilder dienen. Und ich denke, ich würde hier wirklich auch an die Prediger appellieren, bitte sprecht über die Meree, wie sie tatsächlich ist, nicht negativ. Sie ist etwas Gutes und sie kann viel herbringen und es ist keine Strafe für die Frau. Ich kenne so viele Schwestern, die in einer Meree leben und die sind glücklich. Die sind glücklich. Ich kenne so viele Frauen, die haben ihrem Mann sogar geholfen, eine zweite oder dritte Frau zu suchen und die wurde dann auch die Freundin der ersten Frau. Also wir müssen uns viel mehr auf die positiven Beispiele konzentrieren, weil die negativen Beispiele sind einfach in der Minderheit und die dürfen wir nicht verallgemeinern. Ja, hier wollte ich noch etwas zu sagen. Es ist wirklich so, die negativen Beispiele von irgendwelchen Verrückten, die werden immer in Forderung gestellt, aber nicht nur bei der Meree, auch bei der mit damen Ehe. Ich höre andauernd nur Horrorgeschichten, sodass Frauen schon Angst haben, überhaupt zu heiraten, weil diese Geschichten erzählt werden. Die positiven Geschichten, die Überhand haben, die weitaus mehr sind als die negativen Beispiele, die werden gar nicht erzählt. Es ist ja kein Spektakel, darüber zu erzählen, der Pier Vogel ist mit seiner Frau zufrieden und sie ist mit ihm zufrieden. Das ist kein Spektakel, da braucht man nichts groß darüber zu erzählen. Im Ramadan haben wir lecker gegessen, da interessiert ja keiner. Wenn man erzählt, im Ramadan hat der Mann seine Frau geschlagen und aus dem Zimmer raus das ist ein Spektakel, da redet man drüber. Und diese Aussage, und das gab es ja auch in den Kommentaren, wenn ein Mann seine erste Frau richtig liebt, wird er nicht an eine zweite vor denken. Diese Aussage ist einfach falsch. Der Prophet über den Allah bezeugt, er ist gegen euch überbedacht und warmherzig gegenüber euch, der seine Ummah geliebt hat, er wurde gefragt, wen er am meisten liebt. Und die Person, die er am meisten liebte, von allen, war Aisha. Und trotzdem hat er weitere Frauen geheiratet. Ganz genau, obwohl sie die eifersüchtigste von allen gewesen ist. Obwohl sie die eifersüchtigste von allen gewesen ist. Und dann wurde er gefragt von den Männern, dann sagte er ihren Vater. Wir wissen genau, wie groß die Liebe zum Propheten war, wie er an den Gräbern der Zahaba stand und geweint hat. Jahre später, kurz vor seinem Tod, die Schlacht von Uhud war im dritten Jahr. Der Prophet ist im dritten Jahr nach Hijra. Der Prophet ist im zehnten Jahr nach Hijra zu den Gräbern von Uhud gegangen und hat an den Gräbern von Uhud geweint für die Zahaba und sieben Jahre später noch, so hat er sie geliebt. Er stand vor Musab Ibn Umair und war am weinen bei der Schlacht von Uhud. Er hat sie so sehr geliebt und er sagte von den Menschen auf der Erde zu diesem Zeitpunkt, dass er Aisha am meisten liebt und von den Männern ihren Vater. Und das zeigt ganz klar und obwohl sie die eifersüchtigste war, hat er nicht gesagt, ja, aber ich heirate keine andere Frau mehr. Jetzt kommt natürlich wieder jemand und sagt, ja, aber das war der Prophet, der Mutten, der Allaitz. Nein, es gab auch so viel, also eben wie gesagt, die Mehrerehe war zur Zeit des Propheten Mohammed die Norm. Omar Ibn Khattab hatte auch mehrere Ehefrauen, viele Sahabas hatten mehrere Ehefrauen und das war damals normal und damit hat man einfach gelebt, das war die Norm. Erst jetzt mit dem Protestanismus und dem Bürgertum im 19. Jahrhundert ist diese Monogamie aufgekommen, dass es moralisch korrekt ist, nur eine Ehefrau zu haben, aber wenn wir mal in die Geschichte schauen und in unserer heutigen Realität ist eigentlich die Mehrerehe oder mehrere Frauen zu haben die Norm und was wir jetzt machen ist so eine heuchlerische Frömmigkeit zu sagen nein der Mann darf nur eine Frau und alles andere ist unmoralisch nein wir widersprechen damit der Natur des Mannes und auch einfach wie Allah diese Option dargestellt hat und da müssen wir wirklich aufpassen mir ist das wichtig dass die Schwestern verstehen seid gottesfürchtig fürchtet Allah ihr könnt euren Nefs den nicht kontrollieren könnt nicht über den Islam stellen denn damit geht ihr einen Weg der unislamisch ist und der euch nicht näher zu Allah führen wird geht immer den Weg und sucht den Weg der euch zu Allah näher führen wird der Allah zu Friedenheit den Weg mit dem ihr Allah zu Friedenheit erlangen werdet und das wird dann auch der Grund sein warum euer Mann mit euch zu Frieden ist und wenn euer Mann mit euch zu Frieden ist dann wird es Allah Ich glaube wir können das auch so stehen lassen bis morgen wir haben ja schon länger geredet als wir reden wollten oder Ich weiß gar nicht was viel Zeit es ist Wir haben anderthalb Stunden fast gesprochen Was Ja Ja Nein echt Aber hey wir hatten treue Zuschauer Maschallah Sie sind mit uns geblieben Ich konnte die Kommentare gar nicht sehen weil es waren so viele Ja sehr sehr viel Ich wollte hier noch etwas sagen an die Schwestern und Brüder Ich will das nochmal betonen Mir geht es nicht darum mit dem Finger auf andere Leute zu zeigen zu sagen ihr Schwestern ihr seid aber böse und so weiter Mir geht es darum ein Umdenken ein Umdenken anzukurbeln darum geht es mir und ich beispielsweise ich sage mal zum Beispiel bei mir zu Hause meine Frau ich schätze sie Gläubiger und frommer ein als mich aber sie hat mit diesem Thema ein Problem und ich glaube dass das sehr viel damit zu tun hat auch gerade in islamischen Elternhäusern dass es oft so ist dass unterbewusst und bewusst schon von Kindheit an dagegen gesprochen wird deswegen habe ich das auch eben gesagt dass ich das Gefühl habe dass Konvertierte weniger Probleme damit haben als nicht Konvertierte weil es halt immer so vermittelt wird als wenn das ein Schaden wäre als wenn man verloren hätte immer dieses Vorurteil wenn du mal alt bist und bist dick geworden und das Kinder bekommen und bist nicht mehr so attraktiv erstmal ein Mann sieht seine Frau mit anderen Augen Nora hatte sechs Kinder ja also Nora hatte sechs Kinder und Kasim hat sie geliebt ja meine Frau hat fünf Kinder und meine Frau ist 43 ich habe sie geheiratet als sie 25 war bestimmt wenn und ich sehe sie mit meinen Augen genauso attraktiv wie früher obwohl mit Sicherheit mit Sicherheit nach ich meine wer sieht mit 25 aus wie mit 43 wer wer sieht mit nach fünf Kindern so straff aus wie ohne von der Natur aber ich als Ehemann ich gehe davon aus dass das den meisten Männern genauso geht aber es gibt manche Männer die Banane in der Birne sind die ihre Frauen ärgern wollen ja die wollen ihre Frauen ärgern das ist schlimm und so weiter ich glaube nicht dass ein Mann seine Frau mit der jahrelang zusammen ist er sieht sie mit anderen Augen selbst wenn sie vielleicht was zugenommen hat oder ja deswegen die Frauen dürfen in dieser Sache keine Komplexe haben dürfen in dieser Sache keine Komplexe haben ein Mann sucht nicht nach einer beiden Frau weil die erste ihm nicht mehr gefällt oder für ihn unattraktiv geworden ist da bin ich fest von überzeugt wie gesagt weil ich mit vielen Brüdern darüber gesprochen habe die auch geheiratet haben meine Frau die hat jetzt drei Kilo zugenommen jetzt habe ich aber keine Lust mehr jetzt hole ich mir eine die ist 25 ich kenne eine Schwester die auch mehrere Kinder hatte und den Mann hat dann eine Zweitfrau geheiratet und sie kam dann zu mir und sagte hey ich glaube mein Mann liebt mich noch viel mehr als früher er macht mir noch viel mehr Komplimente als früher er schätzt mich noch viel mehr als früher ich denke wir müssen wirklich dieses Vorurteil oder ich weiß nicht was es genau ist ich denke viele setzen die Mehrerehe gleich wie eine Affäre und aber die Mehrerehe ist noch viel mehr und denkt noch viele andere Aspekte hat als nur das reine Sexuelle es ist eben wie gesagt auch eine weitere Beziehung die man angeht und wir Frauen müssen wirklich lernen und wirklich starke selbstbewusste Frauen werden die darüber stehen können die nicht sofort in Komplexe verfallen die stark und selbstbewusst sind die ihre Stärken kennen die wissen was sie weisst du die auch das ausstrahlen wenn zum Beispiel der Mann in eine Zweitfrau möchte dass sie nicht sofort verzweifeln sondern wissen hey ich habe auch diese Qualitäten ich kann gut kochen ich bin witzig ich bin dieses und jenes warum muss man sich denn selber immer so schlecht sehen du bist ja nicht schlechter als früher du bist nicht schlecht du bist gut so wie du bist dass der Mann eine weitere Frau möchte ist ganz unabhängig von dir es ist unabhängig von dir du könntest die beste Ehefrau dieser Welt sein du könntest auch seine Bedürfnisse befriedigen aber trotzdem würde er eine Zweitfrau wollen also da muss man das Ganze ein bisschen rationaler betrachten denn das was ihr habt als Beziehung das wird euch niemand wegnehmen können das ist einmalig das bleibt zwischen euch und das wird sogar viel stärker wenn ihr beide weiter in Arbeit in eure Ehe investiert er wird dich noch viel mehr lieben weil du ihn dabei unterstützt er wird dich noch viel mehr schätzen weil du ihm keine Steine in die Wege legst und das wird eure Ehe noch viel mehr beleben auf emotionaler Ebene aber auch auf sexueller und jetzt sind wir wieder dort wo wir angefangen haben bei diesem Zitat von Nora ja und hier möchte ich noch eine Sache vielleicht sage ich ich lasse dir den Abschluss weil du gesagt hast woher kommen diese Gedanken ja Sheikh Al-Bani der wurde gefragt über die Meer Rahimallah und er meinte dass dies viel zu tun hat mit der Kolonialisierung dass die Gedanken aus dem Westen übertragen wurden übertragen wurden in die in die jetzige Zeit und er hatte sehr strenge Worte gehabt weil Brüder aus Algerien haben ihn danach gefragt sie haben ihm die Situation in Algerien geschildert haben gesagt es sind so viele Frauen die nicht verheiratet sind viel mehr Frauen als Männer und die Mehr-Ehe wäre eine Lösung aber da wird sich gegen gewehrt und so weiter und so fort und dann hat er einen Vers aus dem Koran erwähnt der 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 knallhart ist also ist es mir vielleicht sogar ein bisschen hart das zu erwähnen er sagte aber nein bei deinem Herrn das muss nur 4 Vers 64 müssen das sein sie werden nicht eher gläubig sein bis sie dich zum Richter machen wegen dem was unter ihnen unstimmig ist und dann keinen Groll in ihrem Herzen finden wegen dem was du bestimmt hast und sich völlig völlig ergeben das war seine Aussage gewesen knallhart knallhart man muss manchmal auch knallhart sein morgen geht es weiter inshallah inshallah ich freue ich hoffe ihr seid alle wieder mit dabei jetzt nicht mehr nein wir haben nur 1,57 wir müssen jetzt Schluss machen dann ist der live okay wir sehen uns morgen inshallah inshallah was gut salam aleikum bismog inshallah inshallah im Vielen Dank.